Ich freue mich ganz wahnsinnig, weil... Bill Kraulitz ist hier! Es ist so schön, dass du da bist, Bill. Ich freue mich auch. Wirklich. Also, Bill Kraulitz bei mir im GQ-Podcast Nice Am Stil Lifestyle. Könnt ihr jetzt reinhauen und reinhauen. Wir haben darüber gesprochen, was Männlichkeit für dich ist. Dann über deine Frage an uns Frauen, was dich so interessiert. Und Kindheit und Aufwachsen. Oh Gott, wir haben so viel besprochen. Wir wurden ja gar nicht fertig mit dem Sprechen. Deswegen ist es auch ein kleines bisschen länger geworden als normalerweise. Aber es liegt einfach an diesem fantastischen Gast. Also, Bill Kraulitz beim GQ-Podcast Nice Am Stil. Danke dir! Danke!